Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme mit dem Hardware Deal 2500 Edition für 2499 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal usw. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist einfach nur das Gehäusebild. So wünsche ich mir das natürlich auch immer. Ich finde das ganz gut, wenn das so gemacht wird. Ich finde es immer kacke, habt ihr auch im letzten Video gesehen, wenn irgendwas gezeigt wird, was nicht drin ist. Das ist immer ein bisschen schwierig und deswegen finde ich es gut, wenn sie wirklich nur das Originalsystem zeigen, wie es wirklich dann verbaut ist. Klar, wenn man hinterher umkonfiguriert, ist das wieder was anderes, aber dass das Grundsystem richtig ist oder eben leeres Gehäuse. Und das ist schon völlig okay. Das kann man auch so lassen. Der Prozessor ist ein Intel i7-13700KF. Der hat 16 Kerne, 8 Performance und 8 Efficiency-Kerne bzw. 24 Threads, also 16 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne für die, die das noch nicht wissen. Die Performance-Kerne schalten sich dazu, sobald der Prozessor unter Last steht. Sprich, ihr wollt ein bisschen zocken oder so, dann werden die dazu geschaltet. Schaut ihr nur YouTube oder macht Office Sachen, werden eigentlich nur die Efficiency-Kerne dann ganz normal genutzt, damit er eben schön, wie der Name schon sagt, effizient bleibt und nicht so viel Strom verbraucht. Der hat eine TDP von 125 Watt bzw. der kann sich bis zu 253 Watt TDP reinschrauben. Also, das heißt, diese Wasserkühlung, die hier drin ist, muss 253 Watt abtragen können von dieser kleinen Prozessorfläche. Es gibt auch Ausnahmesituationen, wenn man den jetzt noch übertakten würde oder so, dann kann der bis an die 300 Watt gehen, aber eigentlich pendelt der sich so, denke ich mal, bei 200 ein. Also, man macht ja auch nicht ständig ein Cinebench oder so, sondern zockt ganz normal, dann geht das schon. Ansonsten unterstützt ihr noch DDR5 5600 MTS bzw. DDR4 3200 MTS. Den kann man auch schneller laufen lassen mit 3600 oder 4000 und im DDR4-Bereich, das ist kein Thema. Bei DDR5 kann man auch auf 6000 prügeln, wenn man möchte oder noch höher. Das geht auch. Das ist im Moment einer der Top-Prozessoren im Intel-Lager. Danach kommt nur noch der 13900. Das macht aber für die meisten eh keinen Sinn, die nur zocken, vielleicht ein bisschen streamen wollen oder so. Der 139er wird meistens dafür benutzt, wenn überhaupt, wenn man wirklich viel mit Blender arbeitet und am Rendern ist und so. Der hier reicht aber ganz dicke, wie gesagt, fürs Socken und Streamen. Tatsächlich ist das Preis-Leistungs-Monster bei Intel aktuell immer noch der 13600er. Hier sind wir schon eine Stufe höher, das ist auch ganz geil. Und der kostet 436,25 Euro bei Bayer Computer in Österreich bzw. 436,35 Euro beim Mindfactory in Deutschland. Der CPU-Kühler ist eine Endorphine Navis F360. Ich hatte die bei mir hier zu Hause schon im Review, eine 240er. Die hat es geschafft, den Ryzen 5800X zu kühlen und der ist wirklich schwer zu kühlen, auch wenn er nur 142 Watt eigentlich frisst. Die hier ist eine 360er, also nochmal größer und die wird mit dem Prozessor auch klarkommen. Wie gesagt, wenn ihr nicht ständig irgendwelche Cinebench-Runs oder so macht und wirklich nur zockt und streamt hier und da mal ein Video schneidet, reicht das ganz dicke. Hat natürlich keine RGB-Beleuchtung oder so, aber es gibt auch viele Leute, die darauf einfach verzichten wollen. Und dafür ist es auch okay. Preis-Leistungstechnisch passt ihr auf jeden Fall gut in das System rein. Und die kostet 109,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asrock Z97 Phantom Gaming Lightning D4 DDR4. Das hat schon den aktuellen Intel Z97-Chipsatz. Man könnte den Prozessor auch auf einem Z96-Board betreiben. Allerdings hat man hier jetzt nicht die Problematik, dass man vorher ein BIOS-Update machen muss, sondern man kann einfach den Prozessor draufsetzen und dann läuft die Kiste. Bei Dubaro werden die Teile ja eh zusammengebaut, das geht euch gar nichts an. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Das hat gekühlte Spannungswandler, überhaupt keine RGB-Beleuchtung, genauso wie die Wasserkühlung. Vier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten können noch zwei weitere verbaut werden. Hier ebenfalls auch nochmal. Und hier kann zum Beispiel eine M2-Wi-Fi-Karte rein. Wenn ihr WLAN haben wollt, könntet ihr da so einen kleinen WLAN-Chip draufpacken, zum Beispiel von Intel. Die stellen da welche her. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier habt ihr noch Erweiterungsslots. Die beiden kleinen werdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Aber den großen hier zum Beispiel für eine Capture-Karte und den hier unten auch. Vielleicht für eine Wi-Fi-Karte sogar oder USB-Erweiterungskarte. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, einmal USB 2.0, 5x USB 3.0, einmal USB 3.1, einmal USB Typ C 3.2. HDMI-Anschluss könnt ihr hier nicht benutzen. Der Prozessor ist ein KF-Prozessor. Das F steht einfach dafür, dass der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr habt hier aber sowieso eine Grafikkarte. Das ist höchstens mal ganz nett, wenn die Grafikkarte, sage ich mal, einen weg hat. Man will seine Daten vielleicht noch irgendwie sichern, braucht ein Bild. Dann nimmt man einen Prozessor ohne F, dass der wirklich eine Grafikeinheit hat und könnte darüber potenziell noch ein Bild ziehen. Spielen tut ihr damit sowieso nicht. Und dann haben wir noch einen PS2-Anschluss, den werdet ihr zu Hause sowieso nicht benutzen. Das ist mehr so für Bürorechner, wenn man da Maustastatur anschließen will. Das ist an und für sich ein grundsolides Board. Ist nichts Besonderes. Aktuell ist der Chipsatz aber, das passt so weit. Und das kostet 218,88 Euro bei MineFactory. Grafikkarte ist eine 24 GB AMD Radeon RX 7900 XTX beliebiger Hersteller. Wird nicht montiert geliefert. Dass die nicht montiert ist, hat auch einen Grund. Das sind solche Oschis. Ihr habt vielleicht schon die Videos von Kreativec oder auch Hardware-Deals gesehen. Das sind riesige Grafikkarten. Wenn ihr die da einbauen würdet und DHL spielt dann mit eurem Computer, wenn er versandt wird, ein bisschen Fußball, dann war es das mit der Grafikkarte. Die müsst ihr noch selber reinstecken. Eben zwei Schrauben festschrauben, Stecker rein vom Strom. Die sind schon vorgefertigt, da hingelegt. Dann klappt das soweit auch. Das ist echt kein Hexenwerk. Das ist schon völlig in Ordnung. Braucht ihr keine Angst vorhaben. Das ist die aktuellste Grafikkarte, die AMD gerade liefern kann. Ist ungefähr auf einem Level mit einer 4080, dass ihr da eine kleine Orientierung habt. Ich verlinke euch noch ein paar Videos in der Videobeschreibung, weil dazu gibt es auch keinen richtigen FPS-Test. Nur die, die halt Kreativec, Hardware-Deals und so gemacht haben. Es wird höchstwahrscheinlich auch nicht die Sapphire sein. Ich hatte eben ein kleines Gespräch mit Kai von Dubaro. Der sagte, die verbauen aktuell keine Karten mit diesem Referenzkühler. Ihr habt vielleicht das Thema gehört, dass die Karten zu heiß werden, weil irgendwas mit der Vapor-Chamber nicht stimmt. Der Bauer hat dazu ein gutes Video gemacht. Die verbauen jetzt wohl aktuell Karten, wo das Problem nicht auftritt. Ansonsten, wie gesagt, aktuellste Grafikkarte von AMD. Was will man da noch anderes zu sagen? Und die kostet hier in dem Fall 1295 Euro bei Mindfactory. Es gibt natürlich auch noch andere Designs. Die sind dann wieder 100 Euro teurer oder so. Ich habe jetzt die günstigste genommen, weil es könnte ja die günstigste ins System wandern. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2 x 16 GB DDR4 Kingston 3600 MHz Fury Beast. Und jetzt haben wir hier ein Thema, das wird einigen jetzt auch auffallen. Es ist DDR4. Ich habe mit Manuel von Hardware-Deals drüber gesprochen. Ich habe gesagt, hey, das System kostet 2500 Euro und sogar dein 3500 Euro PC hat noch DDR4. Warum ist das so? Und er hat dann gesagt, hey, du hast aktuell keine Vorteile bei DDR5, keine großartigen. Natürlich ist das die Zukunftstechnologie. Aber jetzt aktuell ist er einfach nur teurer als DDR4. Er würde gerne hier den Preispunkt treffen. Und der Leistung tut das jetzt keinen großen Abbruch. Kreativ-Ecker hat dazu auch ein Video gemacht. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr die Vergleiche mal sehen. Ihr würdet hier, wenn ihr DDR5 nehmen würdet, effektiv 100 Euro mehr zahlen circa. Ihr nehmt ein Board mit DDR5 und dann noch den RAM als DDR5-Variante. Dann würde es 100 Euro teurer werden. Und ihr werdet auch gleich beim Endergebnis sehen, dass es höchstwahrscheinlich nicht mehr ins Budget reingepasst hat, damit er diesen Preispunkt von 2500 Euro eben trifft. Dann habe ich auch zu ihm gesagt, hey, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Ich werde da jetzt keine Wertung drüber geben. Großartig. Ich würde gerne mal wissen, was die Leute in den Kommentaren dazu meinen. Eher DDR4, weil es eine Vernunftsentscheidung ist, oder DDR5, weil es zukunftstauglicher ist. Nichtsdestotrotz haben wir hier 32 GB DDR4 3600 MTS. Dubaro schreibt noch Megahertz. Eigentlich heißt es MTS. Ich habe es bis vor kurzem auch noch Megahertz genannt. Hat sich so eingeschlichen. Eigentlich, wie gesagt, heißt es jetzt mittlerweile MTS. Für die, die sich fragen, was das alles zu bedeuten hat, hier gibt es einen schönen Artikel darüber. Verlinke ich euch dann auch in der Videobeschreibung. Und das ist halt auch schon über der Spezifikation von Intel. Intel sagt 3200 MTS. Wir haben hier 3600. Dual Channel ist auch wichtig. 32 GB reicht auch für alle Spiele bisher so aus. Ich habe bisher noch kein System gesehen, was irgendwie 64 GB braucht. Es sei denn, ihr macht wirklich viel mit Rändern und so weiter. Meine Freundin Lexi, die hat 64 GB. Wenn die da in Adobe irgendwie in After Effects was macht, dann frisst das System auch irgendwie 50 GB RAM. Was aber für so eine Zockerkiste völlig egal ist. 32 GB reichen auf jeden Fall. Zum Streamen, Zocken, alles in Ordnung. Der Fury Beast ist auch ein RAM, der in Ordnung ist von der Qualität her. Und der kostet 92,11 Euro bei Barrax. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Die reicht erstmal aus von der Geschwindigkeit. Es könnte sogar noch eine langsamere sein. Für den normalen Zocker macht das eigentlich kaum einen Unterschied. 1 TB müsst ihr für euch selber auslegen. Ich finde es in dem Preisbereich noch in Ordnung. Ich hätte mir 2 TB gewünscht, aber war in dem Budget auch nicht mehr drin. Seht ihr auch gleich. 1 TB reicht fürs Erste. Da könnt ihr 2, 3 AAA Titel dann installieren. Vielleicht noch ein bisschen Valorant und Counter-Strike. Die sind ja eh nicht groß die Spiele. Und wenn ihr auf irgendein Spiel keinen Bock mehr habt, den installiert ihr das halt. Packt ein anderes drauf. Ansonsten konfiguriert euch halt 2 TB rein. Und die kostet 54,50 Euro bei Reichelt. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI MPGA 850 GF 80 Plus Gold Vollmodular. Das hat 10 Jahre Garantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und ist eben, wie der Name schon sagt, Vollmodular. Das mit der Vollmodular kann euch eigentlich irgendwo egal sein. Dubaro lässt die Kabel, die nicht benötigt werden, einfach weg. Legt die euch mit in den Karton. Wollt ihr dann auch irgendwie in Zukunft weitere Festplatten oder so einbauen, zum Beispiel eine HDD oder so, dann fummelt ihr das Kabel da einfach rein, dann passt das schon. Lässt sich einfach stecken. 10 Jahre Garantie ist ordentlich. 850 Watt reicht für das System ganz dicke aus. Und es ist halt Gold zertifiziert. Das ist einfach nur die Effizienz. Also ist völlig in Ordnung. Das empfehlen wir auch relativ oft, dieses Netzteil, weil das Preis leistungstechnisch ganz okay ist. Und das kostet 137,54 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Phanteks Eclipse G360 A schwarz. Das hat schon 320 mm RGB Lüfter in der Front vorinstalliert. Die Wasserkühlung kommt sehr wahrscheinlich oben rein. Das heißt, der Airflow ist da auch gegeben. Das Gehäuse hat wohl auch eine Menge Platz. Ich habe eben noch mit einem Mod von mir gesprochen. Der hat das selber zu Hause. Der ist zufrieden damit. Es hat eine Meshfront, Anschlüsse und so weiter sind auch völlig okay. Okay, das passt soweit. Und das kostet 99,90 Euro bei Case King. Betriebssystem ist optional erhältlich. Macht euch einfach einen USB-Stick fertig. Ich werde demnächst noch ein Video bringen, wo ich dann zeige, wie man so einen USB-Stick fertig macht, dass man Windows installieren kann. Dann könnt ihr das selber machen. Haut irgendeinen Key rein und dann funktioniert das auch. Ansonsten haben wir zwei Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall. Das bedeutet einfach, ihr müsst das Ding selber zur Post bringen. Da kommt keiner, der das abholt. Es gibt ja Pickup und Return Service. Das bietet Tubaro leider nicht an. Ihr müsst das selber zur Post bringen oder eurem Postboten in die Hand drücken, wenn ihr den dann zufällig seht, weil er irgendwie bei euch in der Straße ist. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.444,07 Euro. Das System soll kosten. 2.499 Euro. Seid da bummelig bei einem Aufpreis von 56 Euro. Ihr habt die aktuellste Prozessor-Generation verbaut. Ihr habt die aktuellste AMD-Grafikkarte, die es gerade auf dem Markt gibt. Kann nicht meckern. 56 Euro fürs Zusammenbauen. Natürlich hat Tubaro andere Einkaufspreise. Wir haben auch eben random eine Grafikkarte genommen, die halt gerade am günstigsten am Markt war. Wahrscheinlich kommt Tubaro dann noch ein bisschen billiger dran. Aber rein Zeitpunkt jetzt, preis-leistungstechnisch, völlig okay. Also jetzt, wo ich das Video aufnehme. Kann sein, wenn ich das dann in 3-4 Tagen bringe, das Video, dass dann die Grafikkarten wieder gedroppt sind. Aber tagesaktuell ist das echt ein gutes Angebot. Wie gesagt, wenn ihr dazu FPS-Werte wollt, Kreativ-Ecke hat dazu ein Video gemacht, PC-Welt hat ein Video gemacht, PC-Games-Hardware hat ein Video gemacht, Tim & Tech und wie sie alle heißen. Da könnt ihr dann wirklich mal selber gucken. Es ist aktuell die stärkste Grafikkarte von AMD. Wie gesagt, circa mit einer 4080 gleichzusetzen. Die ist noch ein bisschen besser in Raytracing als die AMD-Karte. Aber es ist wirklich ein gutes System. Der Airflow ist gegeben, der Prozessor passt dazu. Mit dem 1TB Speicher, das müsst ihr selber wissen. Preis-Leistungstechnisch echt eine Top-Sache. Kann ich nicht meckern. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.